Wer als Immobilienmakler sich nicht zeigt, unsichtbar sein will, der hat den Job verfehlt. Also der erste Punkt, der glaube ich am aller, aller wichtig ist. Was musst du tun, um als Immobilienmakler-Experte wahrgenommen zu werden? Leon, was sind deine Erfahrungen, was stellst du immer wieder fest, wenn es um das Thema Experte geht? Also der erste Punkt, der glaube ich am aller, aller wichtigsten ist, ist, dass du Vertrauen vermittelst in dem, was du tust. Also Proof, wenn du so willst, dass ein hoher Trust in deine Dienstleistung, in dein Vorhaben vorhanden ist für den Kunden. Also wir sollten zuallererst auch mal definieren, was denn überhaupt ein Experte ist und was ja viele draußen auch sagen, ist so, ich bin Profi. So ein Profi in der Definition ist nichts anderes als jemand, der für seine Tätigkeit Geld bekommt. Also wie ein Fußballprofi zum Beispiel, da gibt es ja auch Unterschiede. Denn der erste Bundesligaspieler, der in einer Mannschaft spielt, die auf Platz 18 ist, der verdient auch Geld. Aber der verdient deutlich weniger als ein Robert Lewandowski, der bei Bayern München spielt. Ja, und der ist auch ein Profi. Also Profi ist per Definition, könnt ihr gerne alle googeln, ist per Definition erstmal, man wird für seine Tätigkeit bezahlt. Ein Experte hingegen ist jemand, der in dem, was er tut, besonders gut ist. Das ist herausragend ist, eine Expertise hat, eine Expertise hat. Und genau darum geht es. Wir wollen Experte sein und nicht Profi. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Was ich mal feststelle ist ganz einfach, zum Beispiel Webseite, Kundentestimonials, schriftlich, ohne Bilder, keine Videos. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt mal als Experte wahrgenommen zu werden, dass jemand ehrlich, Klartext und deutlich sagt, der Typ hat es drauf. Oder die Frau oder der Mann, die haben es wirklich drauf. Das ist ein Experte auf seinem Gebiet, ob bei der Wertermittlung, beim Immobilienverkauf, beim Einkauf, der gesamte Prozess, das ist Expertentum. Für mich ein ganz entscheidender Punkt, oder? Definitiv. Also ich gucke mir jeden Tag sehr, sehr viele Webseiten an von Immobilienmaklern. Und ich will das jetzt nicht überpauschalisieren, aber ein sehr, sehr großer Teil, wenn ich auf die Webseite gucke, gibt es ja immer dieses superschöne Feld über uns. Und wenn man mal auf das Feld über uns draufklickt, sieht man ganz oft einfach nur eine textliche Beschreibung der Firma. Es gibt nicht mal ein Bild zu der Person, die dahinter steckt. Weder Teamfotos, noch wirklich eine klare Positionierung. Was mache ich denn überhaupt? Oder worin bin ich denn überhaupt Experte? Okay, da sind wir wieder auch bei dem Thema, dass viele Immobilienmakler natürlich vieles machen. Gewerbeimmobilien, Vermietung, Verkauf, Wohnimmobilien, Reihenhäuser, ein bisschen Bauträgergeschäft und so weiter. Ja, also auch da ist der Experte, fang doch mal an, mal eine Sache, wie zum Beispiel Wohnimmobilien, die richtig zu machen. Ja, und wenn es besonders gut ist, wenn du in der Stadt bist und du kannst dich zum Beispiel auf Mehrfamilienhäuser spezialisieren und darin ein extra Experte zu sein, dann macht das auch sehr, sehr viel Sinn. Man kann nicht alle Kanäle gleich gut als Experte bedienen. Also Gewerbeimmobilien ist zum Beispiel eine komplett andere Baustelle als Wohnimmobilien. Also ich feiere Gewerbe jetzt nicht so, aber es gibt halt Leute, die feiern das total. Aber dann spezialisier dich doch darauf. Dann werd doch Experte in diesem Bereich. Du kannst ja trotzdem noch die ein oder andere Wohnimmobilie verkaufen. Das ist dann ein sogenannter Kollateralschaden, also Kollateralumsatz. Das heißt, die kannst du natürlich mitnehmen, aber dein Kerngeschäft, darin bist du wirklich Experte. Ja, vor allem müsst ihr ja Folgendes nachvollziehen. Am Ende des Tages, wenn ein Interessent sich für möglicherweise für die Dienstleistung interessiert oder für das, was ihr anbietet, dann dürft ihr ja nicht davon ausgehen, dass wenn er das erste Mal den Namen gehört hat, dass er sofort euch anruft, kontaktiert, euch eine E-Mail schreibt, hey, können wir uns mal unterhalten. Und das erste, was der Mensch macht, ist, der erkundet sich über einen. In welcher Form er das auch immer macht. Meistens benutzt er Google dafür, gibt mal den Namen ein. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also wenn ich jetzt einen Namen eingebe von Immobilienmakler X, dann finde ich oft nur einfach seine Makler-Webseite. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Manchmal kommt mal das Facebook-Profil oder Instagram-Profil und dann kommt vielleicht irgendwann mal die eigene Webseite. Also die sollte mal schon direkt kommen, die eigene Webseite. Tut sie in vielen Fällen leider dann auch nicht. Und es fehlt dann beispielsweise ein Artikel. Ein Artikel in irgendeinem Magazin, wo man wirklich sieht, okay, der ist schon platziert in dem Gebiet, wo ich mich für interessiere. Also es gibt Nachweis. Ich baue Vertrauen dadurch auf, dass der weiß, wovon er redet. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wenn ich dann auf der Webseite lande, weil ich mir das dann genau angucke, dann sehe ich höchstens, in den meisten Fällen höchstens sehe ich textlich verfasste Rezensionen von Kunden. Aber was mich doch überzeugt ist, wenn ich dem glücklichen Kunden, weil ich will ja auch möglicherweise Kunde werden, wenn ich den sehen kann, wenn ich seine Emotionen spüren kann. Wenn ich sehen kann, okay, also letztendlich alles das, was ich von anderen Leuten sehe, was er mit anderen Leuten gemacht hat oder sie, wer auch immer, baut ja unterschwellig immer weiter Vertrauen auf. Okay, das heißt aber für mich auch ein Stück weit letztendlich Sichtbarkeit. Also ich muss einfach mich zeigen. Also wer als Immobilienmakler sich nicht zeigt, also sozusagen unsichtbar sein will, der hat den Job verfehlt. Also als Makler muss man sichtbar sein. Das Team aber genauso. Also wenn du ein Team hast, dass sie sich zeigen, dass gute Bilder da sind. Übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich nach jemandem suche, finde ich ein Bild zu der Person. Ja, also es gibt ja, nur um das mal kurz zu erklären, wenn ich über jemanden oder nach jemandem google, ja, dann finde ich natürlich erstmal die entsprechenden Themen wie Facebook, Instagram, Webseite etc. Aber es gibt ja noch viel mehr in der Suche. Es gibt die Bilder. Ja, also das heißt, finde ich auch direkt aktuelle Bilder zu der Person oder sind das irgendwie fünf, acht oder zehn Jahre alte Fotos oder gibt es überhaupt gar keine Fotos? Ganz einfacher Trick. Fang doch mal an, die Bilder auf deiner Webseite schon mal einfach zu benennen. Ja, wer du bist, ja, also zum Beispiel Heinz Bosbach, Immobilienmakler, ja, oder keine Ahnung was, ja. So, dann kommt ja die nächste Rubrik, ist Videos. Auch hier wieder, ja, dass die Videos vernünftig und korrekt benannt sind und man die auch wiederfinden kann unter der Person, unter dem Namen der Person, ja. Ja, sonst macht es ja einfach keinen Sinn, ja. So, natürlich auch Backlinks und so weiter sind dann alles noch ein bisschen hohe Kunst dann nachher in SEO. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Was gehört noch dazu? Gibt es ganz, ganz viele Kanäle, worüber man das Ganze aufbauen kann. Also YouTube ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Tool dafür. Also wenn man eben nicht nur eine Maßnahme verfolgt, sondern parallel verschiedene, ja, weil der Kunde klickt sich ja auch durch. Also der normale Ablauf ist, okay, Immobilienmakler, weiß ich nicht, Wiesbaden und dann kommt erst mal Webseiten, kommen erst mal Google-Einträge von Immobilienmaklern. Dann suche ich mir einen aus, dann gucke ich mir den an, was finde ich über den, dann google ich vielleicht seinen Namen, ja. Unter dem Namen kommt dann vielleicht im besten Fall ein Experteninterview in irgendeinem Magazin, in einer Zeitschrift. Dann gucke ich weiter, dann sehe ich vielleicht YouTube-Videos von dem verlinkt, ja, wo der Content bringt, also wo der mich überzeugt, dadurch, dass er Wissen zeigt, ja, dass er zeigt, was er weiß. Ich denke, das ist, also es ist ein extrem unterschätztes Ding, das richtig aufzubauen. Dann haben wir noch das Thema Google My Business, das ist genauso wieder wichtig, weil auch das ist ein Thema, bevor man überhaupt auf die Webseite kommt, wird ja der Google My Business Eintrag angezeigt, ja. Ja, und auch da wieder Google-Rezensionen, ja, es ist natürlich auch schön, wenn man Trustpilot, Proven Expert, das sind alles so, ich sag mal, Tools, ja, Bewertungstools. Aber das Thema Google-Bewertungen ist auch eben häufig sehr unterschätzt, weil Google halt einfach diese Macht, diese Kraft hat, diese Power auch hat letztendlich. Und auch den Google My Business Account so zu pflegen, dass am Ende des Tages da auch eben schon wieder Artikel drinstehen, dass die Produkte beschrieben sind, also die Dienstleistungen beschrieben sind, dass auch da regelmäßig Bilder eingestellt werden, auch mal ein Video hochgeladen wird, ja. Also das ist ja auch kein statisches Tool, Google My Business, sondern auch ein dynamisches Tool, was gepflegt werden will. 100 Prozent, also die gute Botschaft ist ja, dass es heutzutage in dem Bereich als Immobilienmakler jetzt gar nicht so schwer ist, sich als Experte zu positionieren, weil es ja die meisten anderen in deiner Region noch nicht verstanden haben. Du hast es gerade schon angesprochen, wir leben in einem Vergleichszeitalter, ja. Wir leben in einer Zeit, wo man oder wo die Leute recherchieren, wer ist denn jetzt der Beste für mein Vorhaben, ja. Also es wird verglichen, ja. Warum gibt es denn irgendwie Reisewebseiten, Preisvergleich und so weiter, ja, weil die Leute danach suchen. Die Leute suchen danach das beste Angebot zu finden letztendlich. Und, ähm, für wen entscheiden die sich denn? Natürlich für den, der am Ende mir am besten rüberbringt, dass ich weiß, was ich tue. Ja. So, und wenn ich das Gefühl dem Kunden vermitteln kann, dass ich weiß, was ich tue, auf allen Ebenen, ja, dann, ähm, sind die Chancen hoch, dass er mir den Auftrag gibt und nicht den anderen. Also, exakt. Also, im Endeffekt, das ist, glaube ich, auch wieder ein super Schlusswort. Ja. Der Punkt, liebe Leute da draußen, ist immer wieder dasselbe. Als Experte wahrgenommen zu werden, bedeutet, sichtbar zu werden in dem, was du tust. Wir sind automatisch wieder bei deiner Leistung, weil deine Leistung ist das, was immer zentral ist. Lieferst du ab, lieferst du Wow-Faktor ab und ich sage immer wieder Wow-Faktor oder Mülleimer. Wenn du das schon mal hast, dann hast du den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, als Experte wahrgenommen zu werden, das bestätigen dir deine Kunden. Wenn deine Kunden über dich sprechen, also lass deine Kunden sprechen. So, und dann musst du im Prinzip nur noch das Handwerkszeug beherrschen. Also, die Detailarbeit, die Feinarbeit, dafür zu sorgen, dass du in Google gut positioniert bist, das schaffst du relativ einfach, wenn du diesen Trust einmal aufgebaut hast. Bewertungen gehören natürlich auch dazu und all die schönen Dinge, die dafür sorgen, dass du als Experte wahrgenommen wirst, so wie wir es jetzt gerade hier in dieser Folge beschrieben haben. Wenn du genau wissen willst, wie das alles funktioniert, wenn du darüber hinaus eben nicht nur einfach jetzt mal unseren Folgen hier folgen möchtest, sondern in die Tiefe reingehen willst und das nächste Level erreichen willst, dann klick jetzt hier unter diesem Video und buche deine kostenfreie Coaching-Session, in der wir mit dir gemeinsam genau analysieren, wo stehst du jetzt und wo willst du vor allen Dingen hin und wie können wir dir konkret dabei helfen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wir haben schon jede Menge Leuten genau da aufs nächste Level geholfen. Die werden heute als Experte wahrgenommen und in diesem Sinne freuen wir uns darum, dich bald persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, bis dahin. Mein größter Erfolg durchs Coaching war auf jeden Fall, meinen Laden in den Griff zu kriegen und auch Ordnung reinzubringen, jetzt Strukturen und auch wirklich mit einem guten Gefühl die Dinge zu tun, weil alles Ordnung hat. Vielen Dank für's Zuschauen.